Jahre später, unter dem Kirschbaum, schnitt er einen Brief. Mein Kaiser, ich hab dich im Stich gelassen, das tut mir leid. Jetzt hab ich ein Geschenk für dich, ein Geheimnis, das einen niemand nimmt. Es kommt zu dir, wenn du Frieden machst mit der Stille, im Hier und Jetzt, da liegt die Ewigkeit. Ich hab dich im Stich gelassen, das tut mir leid.